Moin Moin und willkommen zurück zu Psychonauts 2. Wir befinden uns immer noch im Kopf vom Nick, dem Post-Abteilungsarbeiter, der natürlich sich herausgestellt hat, eigentlich ein Zar ist und zu dem Land gehört, wo wir Lucy das letzte Mal gesehen haben. So, wir fahren weiter. So, Maligula wollen wir zurück haben, Kaviar ist toll, haben wir gerade bekommen, leckere Kaviar, die Musik ist echt ein Highlight im Spiel. Glulovia, Glulovia, sein Vater war schon früher. Glulovia, Glulovia, er ist unser Haus. Oh, Flüsterfelsen, übersinnige Sommerlager. Glulovia, er hat sich auf diese Heroin um zu beschleunigen, um die Erde zu schlönen, und mit ihr, zu erheben, die Glulovia zurückgezogen zu Glulovia. Er hat sich um den Kvörlern geschenkt, aber er hat ihn als ein Mann verletzt, zu schlönen, die Verkaufs des Erkrankten des Erkrankten des Erkrankten des Erkrankten des Erkrankten. Undaunted, Gristelmalik dove straight into the belly of the beast itself, infiltrating the Psychonauts in their filthy lair. Hm. Okay, is it now? Does he show what he did with it? No, it's just a weird puppet show now. Hey, wait. I'm in this one. He found their organization ridiculously easy to manipulate. Some of their most trusted agents were mere children, easily controlled by puppet master Malick. Super-free. Hey, this ride is not safe at all. Okay. Okay. We need to know if we have enough life. We need to know if we have enough. Now we have enough. Oh. Oh, to kake. Oh. Oh. Ach so, scheiße. Ich habe ja keinen Schuss drin. Äh. Oh. Okay, Zeit. Schnell. Wie geht er da? Oh. Oh. Wie geht's dann? ich habe es ich habe es Okay. So. Mal, dass er jetzt mal den Eintracht macht, würde ich sagen. So. Oh, wir haben nicht viel Leben. Das war. Mist. Korte ist in Session! Meine Macht kommt von Justiz, nicht von diesem kleinen Malet! Oh nein! Das hat mich echt erwischt. Ah, das war ärgerlich. Wir müssen vorsichtig sein bei den Zeit-Dingern, die so schnell sind. So. Oh! Oh! Oh, Mist! Ich bin falsch erwischt! Mist! Sieh, der Kalmesser! Sieh! 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 Wie ist das? Sieh! 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 ok spät dran ist Schmerz, schmerz, schmerz. Oh, jetzt ist der in hier. da ist weg es ist auch weg Ah, Mist. Ja, ich habe auch gepasst. Jetzt bist du dran. Komm her, das Ding. So. Da kommt noch mehr bestimmt. Das war nicht alles, oder? Oh, anscheinend doch. Ich will nur den Karten finden und wieder zurück auf den Reit. Wir können runtergehen. Komm noch kurz. Ist die Frage, worüber hin soll, ne? Kommt da hoch. Aber wir können noch da noch kurz hin. Okay, natürlich dumm, hier hinzulaufen, weil das brachte gar nichts. Egal. So, hier geht's weiter. Okay. 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 Eine eigene Kiste reingepackt, würde ich sagen. So sieht's im Fall aus. Okay, okay. Können wir rausfinden. Okay, man könnte jetzt noch mal zurückgehen, das holen. Hab' ich mal keine Lust zu. Wir wissen, wie's weitergeht hier, ist viel spannender gerade. Okay. 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 Ich glaube an den Plan. Maligula kommt. Okay. 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 Oh Gott, das ist der übertriebener Typ. Giftjob. Ja, hier können wir ein paar Andenken kaufen. Oder Kur. Da sind immer Bilder von mir. Lustig. Was ist das so? Also, was warst du? Ich denke, du bist eine sehr verratene Person. Und du wirst nicht wissen, was du mitverlässigst. Ich werde ein ganzes Land zur Großartigkeit restaurieren. Ein Land, das deine Heroin, die Psychonauten, auslösen. Olovia war nie großartig. Es war bestenswahlend ein mittelmäßiges Land. Wo ist Trumans Gehirn? Nicht mein Problem. Ihr Vater war ein brutaler Diktator und ist grubelose Machtperson. Ihr Vater war ein brutaler Diktator und ein guter starker Mann. Mein Vater war das einzige Problem, dass er nicht genug stark war. Als Czar, habe ich das Problem nicht. Trust mir. Die Leute haben die Maliks gehasst. Die Leute haben die Maliks gehasst. Die Maliks gehasst, die Maliks gehasst. Maligula ist meine Großnutter. Maligula ist meine Großnutter. Oh Mann, jetzt ist es, wer sich beschäftigt hat. Czar Theodor hat ein Monster gemacht. Er hat eine vulnerable junge Frau gehasst, um so schreckliche Dinge zu tun, in dem Namen ihrer Lande zu tun, dass sie sie schnappte. Er hat sie verraten. Er hat eine schade Lande-Gerl und hat sie in einem wunderschönen Krieg gehasst. Und ich werde es wieder tun. Ich habe genug von diesem. Ja, ich auch. Hey, ich bin kein Puppet. Ich werde das in zwei Minuten rausgehen, und dann wird du dich entschuldigst. Das ist alles die Zeit, die ich brauche, um Truman zu trinken, zu trinken Maligula aus ihrer Kapteur zurück in der physischen Welt. Nein, bitte nicht. Sie ist in einem sehr fröhlichen Zustand, in dem Moment. Any stress oder memories kann... Ich kann den Guardian von Grulovia und erfüllen alle meine Hoffnungen und Träume? Du sagst nicht. Bitte entschuldige mich, ich will nicht daran erinnern. Hey, du wunderschöne! Ich bin mir nicht so, ich muss mich schwingen, ja? Oh, warte mal, machen wir kurz. Destroy your shot, but I'm not sure I should start a fire while I'm tied up. Yeah, up here! Ah, hinter dem Ventilator? Okay, warte mal. $25 for this piece of crap? It's made with real... Where is... Ouch! ...my... ...father's... Ow! ...brain! Please? It's a plush toy, little prince. It's made with real metal in the briefcase. Na, vielleicht ist es da drin. Also nicht in der Puppending, sondern im richtigen. Komm over here. Help. Help! Look! What? No, not that one. This one! Let's go back. Were you children just inside the mind of the grand head of the Psychonauts? No. Darling, we saw you come out. That's an incredible security violation. Listen, that's the mole. Kid, you're way behind. The mole is Nick from the mailroom. Sasha just figured it out. But I always had my suspicions. Why, there he is. Over there. No, that's the Zayzarovich of Lulovia. Or at least his body. His mind is in my dad's head. Oh, we don't have time for this. Let's go get my dad's brain. Out of my way. Oh, I think we should get out of here. Oh, oh. Little Zayzarovich. Have you come to pay for your father's sins? Yes, high priestess. I am here to correct the mistakes made by my father. I am Crystal Malek, son of Zar Theodore, rightful ruler of Lulovia and servant of Maligula. Lucy, this isn't you. Oh, we can fight this together. Bored. You're here too. This is awkward. Ah, there's too many people here. Too much baggage. Need to... Mushi, go away! Uh-oh. I'm gonna need some help. Ich bin wieder noch um Hilfe fragen jetzt. Frag ich nicht. Diese Viecher, ich kann immer wieder lachen über die. Sie sehen einfach geil aus. Also da hab ich die... Die Identität da drin. Okay, wir müssen schon aufpassen. Okay, wir müssen schon aufpassen. Natürlich, sie ist das. Hä? Langsam? Okay, wir dürfen nicht in diese Strudel reinkommen. Ich hoffe, meine Familie ist still at the camp. Okay. Your father had a rough night. He's been remembering things. Ich habe sie verloren, Rasputin. Das ist natürlich die Frage, was wir jetzt machen. Können wir mit unserer Familie die besiegen? Vielleicht? Oh, nein. Oh, nein. Sie wissen, was wir müssen tun tun. Mio caro. No tears, my love. It's showtime. Time for the Devil's Firehose. Quippe! On the bottom! Wow. Oh, that's it. Are you ready, Raz? No, so do it quick. Elliot, say hi to Nona for me. Tell her to knock it off. Okay. That's Nona. Okay, that's fast. Okay, that's fast. Okay, here's everything on the head. That's right. And there's more, where that came from. Okay. That's right. And there's more, where that came from. Huh. We're here, Link. Okay. Well, this is Cherry. My grandparents were part of the protests in Grulovia after the war. It didn't end well. There's a scene I was hoping not to see again. Hmm. Doesn't he? Grandma Morona. My real Grandma Morona. And my dad's father, Lazarus. Nice to see them alive, actually. You're in the way, Maligalugally. Maligalugally. Malugally! I'll just put my bike. I'm gonna pay for that later. Okay. Uh, Nona? Oh, uh, hi. I'm Raz. I'm your great nephew. I mean, not that I think I'm great or anything. Just that you're my grandma's sister. And I'm here to talk you out of being evil because, you know, you're still family and all. Family? All I see is another unruly Grulovian peasant. Have a Grulovian. Another little trash, and he divorced from the streets. Of course. Oh boy. Ah, hey. That's a lot of splashes. Why are you hitting yourself, huh? Stopp sich auf dich! Das ist eine gute Sam! Zwei von euch sind keine mehr Gefahr als eine. In meinem Zeitpunkt habe ich den ganzen Tag entgegen. Ich muss den ganzen Wal auf mich. Ingoo! Wheelogramm! Ich möchte euch mentalen Esmeralda treffen. Uh oh. Warte, Kinder. Mein Nikola, die Flut von Grolovia. Oh, ich fühle mich ein Sturm. Schau. Ich bin der Verlust von Grolovia. Okay. 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 Ich komme hier irgendwie. Okay. Oh fuck. Mist. Ich werde dich schaffst. Ich werde dich schaffst. Ich werde dich schaffst. Was schaffst du meine Flut? Ich weiß nicht, Frau. Hast du versucht zu essen? Die Problem ist, sie ist alles in knut. Ich habe etwas, was dir helfen. Unwird. Ich werde dich schaffst. Ich werde dich schaffst. Oh. Oh. Das war schaffst du. Oh, ich dachte, da wäre Leben drin. Leider nicht. Ah. Nein. Oh, die hat mich gewischt. Wow. Okay. Das wird unser härtester Kampf, glaube ich. Oh. Das ist auch gut ausweichen. Oh. 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 ich bin kurz Quatsch! Okay Woah Oh, ich bin mir gar nicht weg Wow Gut Gucken wir mal, wie sie besiegen können Und die Verwaltung und Verwaltung Okay, das klingt gefährlicher, als ich wollte Aber du bist eigentlich ein normaler Teil von allen Menschen Nein Woohoo You shouldn't beat Okay 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 Springen Okay das gibt sie lange so schlecht so ausweichen Okay, die haben wir nochmal getroffen. Ach, sie ist auch mal drin. Oh. Wow. Der schießt die vier von denen. Alter. Oh, die trifft dann auch immer wieder, ne? Oh, diese blöde Oma, ey. Okay, was jetzt? Da kommt noch mal die Oma raus. Okay, weg vom Wasser halten. Die haben es aber verdammt. Oh nein. Die kleinen Dinger, die stören wirklich extrem. Und jetzt kommt er sich glaube ich immer schon ein. Okay. Okay. Ich habe sie getötet. Okay. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Nochmal das Ganze. Nona. Du kannst mich hören. Diese Sache ist nicht deine fault. Fords-Experiments öffnen die Tür und lassen sie aus dem höheren Gehirn. Die Klinge jetzt ja geklärt hat. Die Klinge jetzt ja geklärt hat. Das ist ja auch. Das ist ja. Das ist ja. Pilem hat sie ja nicht mehr. Was macht er denn jetzt? Oh. Shit. Oh. 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 Das ist ja noch. Eigentlich hat er sie ja noch leben. Oh mein Gott! Das war's für heute. Was ist passiert? Ich töte viele Leute! Die einzige Sache, die ich jetzt übernehmen kann, ist alles, was ich habe. Aber es gibt auch noch eine Zelle, eine Raum für eine mehr! Oh, ich wünsche dir ich dich größer. Es ist okay, Nona. Schau mal nach ihr. Oh, mein Kräuel ist ein bisschen flitier. Ja, und wir werden es erfüllen. Sie hat ein Problem, dass es gut ist! feuer schau dir an wie cool ich schlagen kann feuer hat brennt brennt wo der fight coole kampf war das Oh vorbei ziemlich cool also ziemlich cool nona nona das wasser hat was gegen mich ja 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 das gehirn gefunden do you have a funnel so okay ja 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 kann ich gar nicht so viel mehr drüber sagen ich hoffe es hat euch auch gefallen ähm obwohl es jetzt diese Folge war ein bisschen länger aber ich dachte mir mittendrin im Finale aufzuhören ist auch irgendwie Quatsch ja ja hoffe es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal dabei super cool wäre es auch wenn ihr ein Abo da lässt oder mich abonniert ähm damit ich ein bisschen größer werden kann was ich irgendwie auch ganz cool finden würde ähm weil ich sehe immer dass relativ viele ähm sich die Videos anschauen aber kaum Abonnenten dabei sind also das wäre schon ganz cool wenn es die Abonnenten noch wären ähm ist ja ärgerlich wenn irgendwie ich glaube 86% der Leute haben kein Abo und ähm schauen sich das an das ist natürlich schön wenn man irgendwie vielleicht interessiert ja auch nur das Spiel deswegen abonniert man das nicht kann natürlich auch gut sein ähm ich versuche weitere Spiele rauszubringen und ähm euch zu bespaßen damit ähm ja vielen Dank ich weiß gar nicht was noch was sagen soll ich hab mir nichts ausgedacht also vielen Dank und wir machen hier direkt Schluss obwohl wir warten bis wir überspringen mal kurz vielleicht kommt da noch ein Outro vielleicht haben wir jetzt Glück sonst kommt noch was zum Ende ah guck mal gucken wir uns das auch noch an Epilog ich weiß ich habe das Internprogramm und alles aber ich glaube wenn ich ein bisschen extra Kredite zu stecken würde das würde wirklich irritieren Norma okay jetzt können wir natürlich nochmal unsere ähm die letzten Sachen holen die man noch so finden kann äh machen wir jetzt nicht aber ich vielleicht mal privat aber nicht für euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin tschüss ich hoffe ich habe die letzte Sachen die letzte Sachen die Nummer weh die 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 Untertitelung des ZDF, 2020